Ungewöhnliches trifft auf Altbekanntes in der Ausstellung. Chronologisch geht's durch die gesamte Schau, vom heiligen Martin mit der Martinslaterne, über die Barbara-Zweige und der heiligen Barbara in ihrem Turm mit den drei Fenstern, bis hin zu Maria Lichtmess mit den Wachsstöcken und der traditionellen Kerzenweihe. So wird längst vergessenes Wissen um den Ursprung der Bräuche wieder in Erinnerung gebracht. Die Christbaumkugel hat sich aus dem Apfel entwickelt, beziehungsweise der Apfel ist im Grunde der Vorläufer. Man hat zunächst Äpfel an den Christbaum gehängt und der Christbaum ist ja ein Paradiesesbaum. Da hängen eben diese Äpfel dran als Sinnbild, als Erinnerung an das verlorene Paradies. Und die Christbaumkugeln haben sich dann im 19. Jahrhundert entwickelt in der Glasgläserindustrie in Thüringen und im Bayerischen Wald. Ganz profane Gegenstände des Brauchtums finden sich neben Kunstschätzen des Diözesanmuseums. Sie erklären, woher kommt der Brauch und wie hat er sich weiterentwickelt. Früher brachte der Nikolaus die Geschenke, hat sich dann mit Martin Luther verlagert auf Weihnachten. Das Christkind bringt dann die Geschenke. Allerdings muss man dazu sagen, die Geschenke waren recht bescheiden immer. Und unter dem Christbaum liegen nicht nur die Geschenke, sondern der eigentliche Grund, warum wir Weihnachten feiern. Das Christkind. Und so dürfen die Bräuche rund ums Fatschenkind, Christkindl in der Perlenwiege und die Krippen natürlich nicht fehlen. Die Tradition der Krippe ist relativ spät aufgekommen. Erst im 16. Jahrhundert wurde dann mit den Jesuiten verbreitet. Das ist natürlich eine sehr gute Art, Menschen von der Weihnachtsgeschichte zu erzählen, weil sie auch einen Nachvollzug beinhaltet. Von Korbinian bis Lichtmess eine schöne Einstimmung auf das Weihnachtsfest, das Hochfest der Geburt Christi.